Österreich zeichnet sich durch Umweltbewusstsein und Umweltschutz aus. Es ist daher kein Zufall, dass die umweltfreundliche Atmosphäre an diesem Ort die Gründung von Red Wave inspiriert hat. Mit über 100 Mitarbeitern im Headquarter in Österreich und weiteren Niederlassungen in Amerika, China, Deutschland und Singapur hat sich Red Wave zu einem namhaften internationalen Unternehmen und zuverlässigen, innovativen Partner in der Recyclingindustrie entwickelt. Die Vision war immer klar und liefert profitable und intelligente Lösungen für die Recyclingindustrie zur Förderung der Kreislaufwirtschaft. Abfall ist für uns nichts Negatives. Es ist die Umgehensweise, auf die es ankommt. Gemeinsam mit unseren Kunden übernehmen wir Verantwortung für unsere Mutter Erde und liefern fortschrittlichste Technologien, um Abfall wertvoll machen zu können. Forschung, Innovation, Nachhaltigkeit und intelligente Technologien sind unsere treibenden Kräfte. Für uns ist Abfall ein wertvoller Wertstoff, aus dem hochwertige Sekundärrohstoffe wiedergewonnen werden. Die Recyclinganwendungen sind vielfältig und kommen beispielsweise im Bereich Hausmoor, Glas, Metall, Papier und Kunststoff zum Einsatz. Nicht zuletzt deshalb, weil wir lieben, was wir tun. Für unsere Umwelt und unsere Nachkommen. Um zukünftigen Generationen eine lebenswerte Erde zu schenken. Wir laden Sie ein, uns auf diese Reise zu begleiten. Wir laden Sie es Ihnen. Untertitelung des ZDF, 2020